Könnt ihr ihn sehen? Ist er nicht hell? So strahlend schön am Himmelszelt, ein Funken der Hoffnung, nein weitaus mehr, er führt uns dorthin nach Bethlehem. Wo hört, wo hört und schaut doch selbst, dort leuchtet er für die Welt. Für jeden, der verzweifelt weint, hängt er dort fest und schreit. Für jeden, der nach Hoffnung sucht, ist er selbst, der Hoffnung ruft. Für jeden, dem die Hoffnung fern, schau Glauben nur hinauf zum Sternen. Ich kann es spüren, fühlst du es nicht? Frieden im Herz bringt dieses Licht. Sorgen und Ängste werden so klein. Der Sterne hat, sieh doch erscheint. Für jeden, der nach Hoffnung sucht, ist er selbst der Hoffnung. Für jeden, dem die Hoffnung fern, schau Glauben nur hinauf zum Sternen. Ein Atom Himmel erschien als Stern am Himmel. Ein Zeichen für die Welt, schlach Gott mit lauter Stimme. Ich sende meinen Zug, wie Manuel, zu dem der Weißen. Die Hoffnung ist geboren, alle Männer dieser Herr, bei seinem Leben. Und halt, du hörst, schau Glauben nur hinauf zum Sternen. Für jeden, dem die Hoffnung fern, schau Glauben nur hinauf zum Sternen. Schau Glauben nur hinauf zum Sternen. Ich trage für dich mein Leben. Ich trage für dich mein Leben. Ich trage für dich mein Leben. Und es leuchtet in dein Herz hinein. Ich trage für dich mein Leben. 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 Zünde eine Kerze an dein Licht, der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht endet. Es leuchtet für die Menschen, die wir lieben. Und für alle, die gerade einsam sind. Es leuchtet für Gebete, die wir rüstern. Für ein Fockenbruch, der in uns klebt. Zünde eine Kerze an dein Licht, der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht endet. Es leuchtet für die Menschen, die uns helfen. Für die Ärztin und die Pflegerin. Es leuchtet für den Trost, den wir jetzt brauchen. Für den Abschied zum Team übergehen. Es leuchtet für die Welt an allen Orten. Mein Land, Saum, Paul und Martin. Es leuchtet für die Kraft, die uns verbindet. Für den liebevollen ersten Schritt. Zünde eine Kerze an dein Licht, der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht endet. Seht, wie unser Licht die Nacht endet. Ein herzliches Vergeltes Gott, der Gruppe Soziales vom Pfarrer Rat Naters. Mit Ihren Helferinnen und Helfern vor und hinter der Kulisse für Ihren Einsatz in diesem Jahr.